Die Tischlerei Pötschke, gegründet 1856, jetzt in fünfter Generation bzw. in sechster Generation geführt, ist ein hochmoderner Fensterbaubetrieb und Fassadenbaubetrieb. Diese Q5 von Martin hat den großen Vorteil, dass durch die präzisen Bandschleifaggregate die Oberfläche extrem glatt geschliffen wird, so dass wir dadurch ein bis zwei Arbeitskräfte einsparen für den Zwischenschliff. Wir schleifen alles, was im Massivholzbereich ist, Fensterbänke, Posten, Riegelfassaden, Haustüren, Glasleisten, Deckleisten, Schlagleisten. Also es wird bei uns alles mit der Q5 geschliffen, um die Qualität nach oben zu bringen und den Schleifer und Wand in der Oberfläche zu minimieren. Die Q5 hat auch ein sehr großes Bearbeitungsspektrum. Sie kann bis 250 Millimeter breite Teile und bis 250 Millimeter hohe Teile und minimale Leisten 10x10 Schleifen, so dass wir damit 99 Prozent unserer Hölzer und Profile abdecken können. Die neue Q5, die zweite Generation, hat den Vorteil, dass er eine relativ einfache Messeinrichtung hat, wo wir die Breite des Teiles vermessen können. Es wird dann mit Display abgebildet. Hier ist der neue Einlauf und wir haben jetzt ein zusätzliches Aggregat auf der rechten Seite. Das ist dieses Servomotor gesteuerte kleine Schleifband, wo wir alle Schrägen für eine Schlagleiste oder für den Glasnacken beim Flügel oder beim Blendrahmen die äußere Schräge sauber mit schleifen können. Das setzt sich dann fort über die neuen angesteuerten Servomotoren für die Schleifwalzen, die wir entsprechend dem Profiltyp programmieren können. Und das sind die verbesserten Schleifaggregate, einmal oben Querschliff, einmal unten der Schliff. Und damit kriegen wir eine ganz saubere, planmäßige Fläche, so dass wir auch keine runden Teile hier damit erzeugen. Hier sehen Sie nochmal die exakte Führung der einzelnen Teile mit den speziell patentgeschützten Andruckrollen, so dass die Teile wirklich ganz sauber durchgeführt werden, ohne zu verkippeln, ohne dass eine Schräglage entsteht. Das zeichnet die neue Generation der QFin aus. Durch die QFin haben wir den riesen Vorteil, dass wir sehr, sehr gute gleichmäßige vorgeschliffene Oberflächen haben, die also den Zwischenschliff deutlich reduziert auf ein Minimum, so dass wir wo es noch die Kanten und bestimmte Stellen mal nachbessern müssen. Natürlich muss man auch noch Kitten, Spachteln, Schleifen. Das ist im Holzfensterbau ganz selbstverständlich. Der große Vorteil in Kombination mit Spritzroboter und automatischer Flutanlage ist, dass wir immer eine gleichmäßige Schichtdicke erzeugen, die dazu führt, dass die Oberflächen sehr, sehr langlebig sind und dass auch alle Teile durch die Flutung benetzt sind, so dass die Holzfenster und die Holz-Alu-Fenster auch kaum einer Erwartung in den ersten zehn Jahren bedürfen.